Ja, nochmaliger Glückwunsch zum achten Mal jetzt heute Abend. Nein, ich glaube, brauchen wir uns noch nichts vormachen. Bayern München steht für mich über den anderen Mannschaften genau die Stufe, die sie auch wieder aufgezeigt haben in diesem Jahr. Wobei, wenn man ein bisschen genauer analysiert und guckt mal die direkten Vergleiche gegen Gladbach, gegen Wolfsburg, gegen Leverkusen, gegen Schalke, dann haben sie da doch auch dieses Jahr viele Punkte liegen lassen, die sie vielleicht im letzten Jahr noch gemacht haben. Das zeigt, dass die Mannschaften dahinter schon im direkten Vergleich in der Lage sind, Bayern Paroli zu bieten. Aber sie machen natürlich keine Fehler gegen vermeintlich schwächere Mannschaften. Ja, wo wir dann doch immer noch den anderen Punkt liegen lassen, dass dann doch wieder die Distanz so groß wird, dass du sie letztendlich dann doch frühzeitig oder ihnen dann frühzeitig zur deutschen Meisterschaft gratulieren musst. Aber ich denke trotzdem ist es natürlich ein verdienter Erfolg des FC Bayern und deshalb Gratulation aus Wolfsburg. Gratulation an Bayern, Sie haben das verdient. Sie waren diese Saison die beste Mannschaft. Sie müssen weiter noch im Pokal, Champions League und auch in der Meisterschaft.